Ich bin die Jessi, Jessica Berger. Meine Ausbildung habe ich in Erlangen dreieinhalb Jahre gemacht, beziehungsweise drei Jahre, da ich verkürzen durfte. Und bin jetzt in München bei den Logs bei der IBS. Die IBS bedeutet Inbetriebssetzung. Das bedeutet, dass die Logs aus der Montage zu uns kommen und wir machen die letzten Prüfungen, damit wir sie dem Kunden übergeben können. Das heißt dynamische Prüfungen, Testfahrten. Was mir am meisten Spaß macht, ist, dass man hier ganz viele Möglichkeiten hat, Standorte zu sehen und neue Gleisfahrzeuge kennenzulernen. Ich würde das wirklich auch den Frauen raten, hier sich zu bewerben, zu uns zu kommen, weil man wird toll aufgenommen, man lernt alles von Null auf. Man muss kein Profi sein, um hier anfangen zu dürfen. Man wächst mit der Arbeit, mit den Kollegen, mit den Problemen, mit der Fehlerbehebung. Es ist einfach überraschend, dass die Menschen hier so offen sind. Es ist wirklich familiär, würde ich sagen.